Hallo zusammen, heute versuche ich mal ein bisschen Klarheit in dieses Trat-Free-Hue-Chaos zu bringen. So viel sei vorab schon mal gesagt, Trat-Free-Bieren von Ikea lassen sich ganz ohne Probleme und ohne Gateway auch mit Philips Hue nutzen. Sogar diese Fernbedienung hier von Ikea, der Lichtschalter, damit lässt sich sogar eine Gruppe erstellen. Wer also Philips Hue zuverlässig und für wenig Geld nutzen will, der bleibt jetzt dran. Ja, schon länger nutze ich die Trat-Free-Biernen. Ich nenne sie jetzt im Folgenden einfach mal Trat-Free. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es wirklich genau so ausspricht. Zusammen mit meinem Philips Hue System in meiner Wohnung, ganz problemlos und seit kurzem halt auch eben die Schalter von Ikea Trat-Free. Und als ich den installieren wollte, habe ich ein bisschen gegoogelt und mir YouTube-Videos angeguckt und musste feststellen, dass es relativ wenig gut strukturierte deutsche Tutorials gibt und in vielen davon werden halt auch einfach Aussagen getätigt, die so nicht stimmen. Wie beispielsweise, dass man zwingend ein Gateway braucht, also die Trat-Free-Basisstation, um eben Lampen mit einer alten Software zu aktualisieren. Oder zum Beispiel auch, dass man diesen Schalter hier nur mit einer Glühbirne verbinden kann und beispielsweise keine Gruppe erstellen kann. Und das ist teilweise einfach Quatsch. Und damit wollen wir heute ein bisschen aufräumen und von daher fangen wir jetzt erstmal ganz vorne an. Ich habe jetzt schon mehrere Trat-Free-Lampen hier bei mir in der Wohnung und keine davon hatte irgendwie eine alte Software aufgespielt, auch nicht das Zubehör. Sollte das bei euch tatsächlich der Fall sein, ist das wahrscheinlich ein Modell aus den ersten Chargen, das noch bei euch zu Hause rumliegt. Macht hier bitte nicht den Fehler und kauft euch irgendwie ein Gateway bei Kleinanzeigen online oder irgendwie sowas. Da kosten die 40 und 50 Euro teilweise. Das ist eine Frechheit. Das lohnt sich nicht und sollte auch nicht unterstützt werden. Da sind die Lampen ja schon günstiger. Versucht da lieber mit der Originalverpackung und dem Kassenbogen bei Ikea die Lampe nochmal umzutauschen. Die sind da oft sehr kulant, weil alles andere lohnt sich eigentlich nicht. Außer ihr habt wirklich so eine Palette an alten Trat-Free-Bieren zu Hause rumliegen und ja, dann vielleicht. Kauft ihr jetzt Lampen bei Ikea direkt oder Zubehör, dann werden die eigentlich alle die neue Software schon aufgespielt haben. Wenn ihr da überhaupt was bekommt, weil momentan ist da wirklich alles ausverkauft, beziehungsweise manche Modelle gibt es nicht und haben eine sehr lange Lieferzeit, weil da eben so ein richtiger Run drauf ist momentan. Kleiner Tipp an der Stelle, geht eventuell mal auf den Ikea-Online-Shop. Dort habt ihr die Chance auf jeden Fall noch Modelle zu bekommen. Ich habe meine Trat-Free-Bieren und auch das Zubehör teilweise sogar bei Ikea im Ausland gekauft, teilweise sogar in der Fundgrube im Ausland. Und auch das Zeug hatte alles schon die neue Software aufgespielt. Also lasst euch da nicht bekloppt machen, was ihr jetzt bei Ikea kauft. Hat die neue Software, ihr braucht da keine Basisstation von Ikea. Ob Philips natürlich jetzt in Zukunft irgendwann mal ein Update raushaut, was die Kompatibilität von Trat-Free und Philips Hue stört oder beeinflusst, kann ich natürlich nicht sagen. Gegebenenfalls braucht man dann wieder so ein Gateway, aber aktuell nicht und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das in Zukunft passieren wird. Ja, wie installiere ich jetzt die Trat-Free-Geschichte mit meinem Philips Hue System? Das geht im Prinzip auf zwei verschiedene Arten, einmal mit iOS und einmal mit Android. Die Philips Hue eigene App, ja, die macht da Probleme, hat bei mir nur mit einer einzigen Trat-Free-Lampe funktioniert. Da konnte ich teilweise dann echt einfach nur die Lampe einschrauben und anschalten und zack hat die Philips Hue App diese Birne erkannt. Bei allen anderen hat das nicht funktioniert. Da musste ich ausweichen eben auf Software von Drittanbietern und das geht bei iOS mit der App iConnect Hue und bei Android mit der App Hue Essentials. Die Android-Variante ist kostenlos, die iOS-Variante kostet 5,49 Euro einmalig. Das würde ich aber investieren und lohnt sich auch, denn damit funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Im Unterschied zur Philips Hue App können diese Drittanbieter-Apps, nämlich die Trat-Free-Geschichte, die Lampen oder das Zubehör mit der sogenannten Touch-Link-Methode verbinden. Dazu haltet ihr einfach die Birne ganz nah an die Basis von Philips Hue heran und dann wird eben eine Verbindung über eben diese ganz kurze Distanz aufgebaut. Das kann die Hue App leider eben nicht. Aber ganz egal, ob jetzt mit iOS oder Android, als allererstes müsst ihr das Zubehör oder die Lampen selbst von Trat-Free erstmal resetten. Und das geht folgendermaßen, indem ihr die Birnen von Trat-Free einfach eindreht, das Licht dann und den Schalter sechsmal hintereinander ein- und ausschaltet. Dann ist das Ding resettet, es gibt keine Bestätigung, kein Aufblinken, müsst ihr einfach darauf vertrauen, die ist dann zurückgesetzt. Beim Schalter ist das ein bisschen anders, da nehmt ihr diese Plastik, diese magnetische Plastikkappe hinten einfach ab und müsst dann mit einem Schraubendreher nochmal diese Blende hier abnehmen und dann habt ihr hier hinten so einen gummierten Knopf. Und diesen Knopf müsst ihr innerhalb von fünf Sekunden viermal betätigen und dann leuchtet hier vorne eine kleine rote LED auf und die zeigt euch dann an, das Teil ist resettet. Auf eurem iOS-Device klickt ihr in der App dann auf Lampen, auf das Plus-Symbol und dann mit Touchlink suchen. Und auf Start, sobald ihr mit eurer Trat-Free-Birne halt direkt neben der Hue-Basis steht, wirklich ganz nah ran. Die Birne sollte spätestens beim dritten oder vierten Anlauf dann gefunden werden, benennt die Lampe dann einfach und fertig. Nun taucht sie auch in der Philips Hue App auf. Um Schalter zu verbinden, nutzt ihr genau den gleichen Weg, das ist ein bisschen verwirrend. Um den Schalter dann hinzuzufügen, nutzt ihr ebenfalls genau eben diesen Weg, also Lampen hinzufügen, nicht Geräte. Wie gesagt, es ist etwas verwirrend, ich weiß, aber es funktioniert trotzdem. Und um den Schalter dann zu verbinden, müsst ihr für zehn Sekunden den Knopf auf der Rückseite gedrückt halten, weiter halten und den Trat-Free-Schalter dann direkt an die Hue-Basis bringen. Und nun wieder mit Touchlink suchen und auf Start klicken. Jetzt müsst ihr kurz darauf die kleine rote LED aufleuchten und wenn diese dann verschwindet, dann könnt ihr den Knopf wieder loslassen. So, jetzt gut zuhören, denn es ist jetzt folgendermaßen, jetzt habt ihr den Schalter mit eurer Hue-Basis verbunden, die Lampen am besten dann eben auch schon, alles wunderbar. Und jetzt müsst ihr aufpassen, denn die Trat-Free-Schalter lassen sich im Hue-System nicht mit den Trat-Free-Lampen nutzen, so problemlos. Wenn ihr nämlich jetzt, das ist ja der nächste Schritt, jetzt sucht ihr nämlich die Birne aus, die ihr mit dem Schalter verbinden wollt, wenn ihr das jetzt macht mit einer Trat-Free-Lampe, obwohl beide mit der Hue-Basis verbunden sind, würden sie dann wieder ganz schnell ihr eigenes kleines Netzwerk aufbauen und dann lässt sich die Trat-Free-Lampe zwar mit dem Schalter bedienen, an, aus, dimmen und so weiter, allerdings taucht die Lampe dann zwar noch in der Hue-App auf, aber lässt sich da nicht mehr bedienen und das ist ja dann sinnlos. Man kann sie dann auch nicht mehr mit Alexa beispielsweise bedienen. Also, was müsst ihr machen? Ihr könnt den Trat-Free-Schalter trotzdem mit den Hue-Lampen verwenden. Das funktioniert, wenn ihr die beiden miteinander in Verbindung bringt. Dann lässt sich der Schalter ganz normal mit der Lampe hier benutzen und die Hue-Lampe bleibt auch weiterhin steuerbar in der Hue-App. Das bedeutet, Trat-Free-Schalter mit Hue-Bierne und gegebenenfalls eine Remote von Philips mit einer Trat-Free-Bierne. Bisschen blöd, aber eben nur so funktioniert es. Das lohnt sich beispielsweise für Leute wie mich, die schon einige Hue-Biernen zu Hause hatten. Ich möchte aber jetzt meine Schalter mit denen von Ikea erweitern, weil das einfach günstiger ist. Ich kann dann einfach ganz normal meine Hue-Bierne mit den Schaltern von Trat-Free verbinden. Und ich hatte auch noch zwei Remotes von Philips angebracht und die benutze ich jetzt halt einfach mit den Lampen von Trat-Free. So geht's. Aber wie verbindet ihr jetzt eine Trat-Free-Fernbedienung mit einer Hue-Lampe? Ganz einfach, indem ihr die Lampe von Philips einfach eindreht, das Licht einschaltet und nun mit eurer Fernbedienung ganz nah an die Lampe rangeht und hier den Schalter so lange, diesen kleinen Knopf hinten so lange drückt, bis das Licht anfängt zu pulsieren. Wenn das ganze Spektakel dann aufhört und sich wieder beruhigt hat, könnt ihr loslassen und die beiden Geräte sind dann miteinander verbunden. Das könnt ihr dann auch mit mehreren Lampen machen im Übrigen. In meinem Schlafzimmer habe ich zum Beispiel eine Lampe mit die insgesamt drei E27-Bieren fast. Die habe ich alle damit verbunden. Alle drei Lampen lassen sich dann gleichzeitig mit dem Schalter ein- und ausschalten. Ihr habt also eine kleine Gruppe erstellt, was es ja immer heißt, das geht nicht. Ihr könnt eine Gruppe erstellen, also mehrere Lampen hinzufügen, allerdings nicht mehrere und dann hier switchen. Das funktioniert mit dem Trat-Free-Schalter leider eben nicht. Was generell sowieso nie funktioniert, ist, dass der Trat-Free-Schalter in eurer Hue-App auftaucht. Das wird er nie tun, aber ist auch nicht zwingend notwendig, denn ihr könnt damit trotzdem die Lampe in eurem Raum steuern, ein- und ausschalten und auch dimmen, wie ihr hier seht. Dunkel und wieder heller machen. Das funktioniert ohne Probleme. Und auch in der App lässt sich das Ganze dann steuern, sollte für die meisten reichen. In der Android-App geht das Ganze dann quasi genauso. Klickt unter Lampen auf das Plus-Symbol und dann auf Touchlink und nutzt für den Schalter genau diese gleiche Methode, auch über Lampen hinzufügen. Zwar gibt es in der App auch schon den Punkt integrierte Steuerung hinzufügen, aber dieser Bereich steht im Moment noch an der Construction und ist momentan eben nicht verfügbar. Ansonsten funktioniert das Ganze genauso wie in der iConnect Hue-App. Was immer wieder behauptet wird, ist, dass mit den Tratt-Free-Schaltern mit einer großen Verzögerung zu rechnen ist, die ihr dann in Kauf nehmen müsst. Das stimmt so nicht. Das war bei mir nur bei den ersten Malen der Fall. Aber sobald sich das Ganze dann eingespielt hat, könnt ihr das Licht mit den Tratt-Free-Schaltern ein- und ausschalten, wie ihr wollt. Und das geht teilweise sogar schneller, irgendwie habe ich das Gefühl, als mit der Hue-Remote. Also ohne Verzögerung, ohne Probleme. Dimmen ist wie gesagt auch möglich. Lasst euch da nichts erzählen. Jetzt gibt es bei Ikea auch genauso ähnlich wie bei Philips Hue zwei verschiedene Lampen in Weißtönen. Bei Hue heißt das Philips Hue White und White Ambience. So ähnlich ist das auch bei Ikea. Und ich habe lange überlegt, welche kaufe ich. Ist die günstigere Variante dann, die nur weiß kann und nicht dieses Tageslicht weiß, so heißt es glaube ich bei Ikea, ist die dann wirklich genauso gut oder ist die zu kühl? Ich habe mich jetzt für die günstigere Variante entschieden. Also die für 9,99 Euro, die kann dann glaube ich nicht dieses Tageslicht warm weiß, aber kann auch trotzdem zwischen kühl und warm unterscheiden. Da könnt ihr verschiedene Temperaturen auch trotzdem einstellen. Die andere Variante, quasi die Ikea White Ambience Version, kostet das Doppelte, also fast 20 Euro und lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich habe mir auch lange im Internet diese Vergleichsvideos angeguckt, wo zwei Glühbirnen direkt nebeneinander gehalten werden. Und dann achtet man genau auf den Farbton, welche ist jetzt ein bisschen wärmer und welche nicht. Leute, vergesst es. Habt ihr die Dinge einmal zu Hause angebracht und installiert, dann ist euch das Wumpe, ob die jetzt ein Ticken wärmer ist oder nicht. Ihr merkt das gar nicht mehr. Die ganz normale Glühbirne für 9,99 Euro bei Ikea lässt sich wunderbar auch warm steuern und macht ein super helles Licht bis zu 1000 Lumen sogar glaube ich. Also von daher wirklich klasse. Und für 9,99 Euro kann ich da halt doppelt so viele Lampen kaufen halt, wenn ich jetzt nicht unbedingt die farbigen haben will. Und kann damit viel mehr Räume in meiner Wohnung ausstatten als mit den teureren von Ikea oder sogar den noch teureren halt eben von Philips Hue. Das ist ja das Schöne an der Sache. Auch Amazon Alexa geht problemlos. Ich steuere meine Lampen eigentlich nur noch damit und halt auch eben die von Ikea. Ja, ich hoffe dem einen oder anderen ist in diesem Video jetzt ein Lichtlein aufgegangen. Ich hoffe ich konnte alle Fragen soweit beantworten. Ja gut, alle Fragen lassen sich in so einem Video irgendwie nie beantworten. Von daher ab damit in die Comments, wenn ihr noch Fragen habt, dann beantworte ich sie gerne. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.